Single Leg Romanian Deadlift an der Landmine. Wenn ihr keine Landmine habt, dann könnt ihr auch einfach eine Langhandelstange nehmen und die in eine Ecke stellen. Die ganze Variante ist ein bisschen einfacher, als wenn ihr das frei macht mit der Langhandel, da ihr einen Stabilisierungspunkt habt, wo die Handel eben fest ist. Bei der Ausführung ist wichtig, dass wenn die Handel jetzt zu eurer linken befestigt ist, dass ihr es mit dem rechten Bein die Ausführung macht und auch umgekehrt. Wichtig ist dabei, dass ihr möglichst gerade bleibt von der Wirbelsäule und dass ihr wieder eine Hüft-Hinge-Bewegung ausführt und euch eben an der Hüfte beugt, ohne dass das Knie großartig nach vorne geht. Und dann geht ihr so weit runter, solange ihr noch eine gute Position halten könnt und dreht die Bewegung dann wieder um. Whoa! Und dann geht ihr so weit runter. Ich Called die Website. Und dann geht ihr so weit runter. Und dann geht ihr so weit runter. Vielen Dank.